Sie kommt zuverlässiger als der Weihnachtsmann. Alle paar Jahre startet die Commerzbank eine neue Strategieoffensive. An diesem Wochenende war es wieder so weit. Das neue Strategieprogramm Commerzbank 5.0 ist erschienen. Es soll die Bank zukunftssicher aufstellen. Auf den ersten Blick klingt das wunderbar. Doch die Commerzbank muss etwas machen, damit sie nicht zur Deutschen Bank 2.0 mutiert. Die Deutsche Bank hat momentan mit ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Man hat viel zu lange am Investmentbanking festgehalten. Durch diese falsche Ausrichtung ist die Deutsche Bank immer tiefer in die Krise gerutscht. Doch die Commerzbank möchte genau diesen folgenschweren Fehler vermeiden. Dafür macht sie es für die alte Sowjetunion. Alle paar Jahre werden strategische Pläne veröffentlicht. Ob die Commerzbank wie die Sowjetunion untergeht oder gerade jetzt ein tolles Investment sein könnte, erfährst du in diesem Video. Alle Inhalte sind meine persönliche Meinung und können falsch sein. Dieses Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzprodukts dar. Ich muss diese Analyse mit einer traurigen Nachricht beginnen. Das Strategieprogramm 5.0 kam an der Börse leider schlecht an. Die Aktie kannte gestern nur eine Richtung und die zeigte ganz klar nach unten. Ich habe das Video zur Mittagszeit gedreht. Und da hatte die Aktie ein Minus von über 7% zu verzeichnen. Langfristig sieht es nicht besser aus. Erst vor ein paar Wochen wurde ein 10-Jahres-Tief erreicht. Der Aktienkurs war ein echtes Trauerspiel. Das muss man so deutlich sagen. Aber wie sagte Karl Mayer von Rothschild so schön? Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und die Kanonen donnern bei der Commerzbank gerade gewaltig. Vielleicht ist ja gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg gekommen. Schauen wir uns hierfür das Strategieprogramm 5.0 einmal näher an. Die Commerzbank möchte sich zukunftssicher aufstellen. Dafür möchte man den Schwerpunkt auf den Ausbau des Mobilkanals legen. Hierzu möchte man 1,6 Milliarden Euro locker machen. Davon sollen 750 Millionen Euro in Digitalisierung, IT-Infrastruktur und Wachstum fließen. Das klingt doch alles super. Die Commerzbank möchte auf aktuelle Fintech-Trends setzen. Momentan sind Trading-Apps und mobile Anwendungen extrem beliebt. Immer mehr Verbraucher nutzen Budget-Apps und weitere Spielereien am Smartphone. Und die Commerzbank möchte ihre Strategie deutlich mobiler ausrichten. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Die Sache hat einen kleinen Haken. Insgesamt plant die Geschäftsführung 1,6 Milliarden Euro für die Maßnahmen ein. In die mobilen Kanäle sollen jedoch nur 750 Millionen Euro fließen. Was bitteschön passiert mit den restlichen 850 Millionen Euro? Dieses Geld soll in Restrukturierungsmaßnahmen fließen. Stellenabbau und Anpassungen mit Filialen erst kosten Geld. Und das nicht gerade wenig. Von rund 1.000 Filialen sollen 200 geschlossen werden. Damit bleiben 800 Filialen übrig. Dadurch sollen insgesamt 4.300 Vollzeitstellen wegfallen. Prinzipiell klingt bisher alles gut und richtig. Man möchte auf den aktuellen Mobile-Banking-Trends setzen. Dafür streicht man Stellen, um in Zukunft weniger Kosten zu haben. Das Problem lauert jedoch im Detail. Im gleichen Strategieprogramm ist dieser Punkt zu lesen. Das Filialnetz bleibt eine feste Säule der Strategie. Liebe Commerzbank, was denn nun? Wünscht ihr euch ein starkes Filialnetz oder nicht? Mal eben 20% der Filialen schließen und dann von einer festen Säule zu sprechen, ist ein bisschen zynisch. Als Kunde würde ich mich fragen, ob nicht nächstes Jahr weitere 20% der Filialen geschlossen werden. Hier siehst du die Anzahl der Filialen einzelner Banken im Jahr 2017. Die Commerzbank zählt zu den größten Banken in Deutschland. Mit nun bundesweit 800 Filialen sinkt ihre Bedeutung ein gutes Stückchen. Die Sparkassen sind je nach Region einzeln aufgeführt. Falls du dich wunderst, warum sie nicht auf Rang 1 stehen. Es werden mal eben 20% aller Filialen geschlossen. Trotzdem betont die Commerzbank ein starkes Filialnetz. Das passt für mich irgendwie nicht ganz zusammen. Aber gut, das lässt sich noch irgendwie über 10 Hintertürchen erklären. Die Geschäftsführung möchte eventuell die Kundschaft beruhigen. Viele Kunden wünschen sich eine Filiale vor Ort. Deshalb haben sie sich für die Commerzbank entschieden. Weil es eben relativ viele Filialen in ganz Deutschland gibt. Wer keine Filialen braucht, kann gleich ein Girokonto bei einer Onlinebank eröffnen. Wie zum Beispiel bei der Comdirect Bank. Und genau da ergibt sich der stärkste Kritikpunkt. Bis vor einem Jahr wollte die Commerzbank eine europäische Onlinebank aufbauen. Als Basis sollte die polnische M-Bank dienen. Die Comdirect sollte dabei auch eine wichtige Rolle einnehmen. Aber bleiben wir zuerst bei der M-Bank. Die M-Bank fokussiert sich bisher vorwiegend auf den polnischen Markt. Es gibt noch Kunden in Tschechien oder der Slowakei. Also bisher noch relativ überschaubar. Weit entfernt von einer europäischen Großbank. Somit hätte die M-Bank sehr breit expandieren müssen, um sich als europäische Bank bezeichnen zu können. Dieses Projekt trug den Namen Kopernikus. Genauso wie der Astronom Kopernikus, der die Welt von einer Scheibe zu einer Kugel machte. Die M-Bank schafft es jedoch nicht im Ansatz, die Welt oder immer in Europa mit Girokonten zu umrunden. Ein Grund waren wahrscheinlich die notwendigen Investitionen. So aus dem Nichts lässt sich kaum eine europäische Onlinebank richten. Der Bankvorstand kommentierte die Kehrtwende mit den Worten, man kann nicht alles auf einmal machen. Da frage ich mich natürlich, warum hat man überhaupt erst damit angefangen, wenn man das Projekt bald wieder verwirft? Da finde ich sogar die Strategiepläne der Sowjetunion überzeugender ausgearbeitet. Man hat klare Ziele definiert und versucht, sie bestmöglich zu erreichen. Und trotzdem ist die Sowjetunion schlussendlich gescheitert. Bei der Commerzbank fühlen sich die Strategieprogramme eher wie ein konfuses Durcheinander an. So nach dem Motto, hier unsere Strategie für eine europäische Bank. Och, der Ausbau kostet Geld und Zeit. Okay, dann verkaufen wir einmal und probieren irgendwas anderes. Wie soll das bitte schön gut gehen? Mir fehlt ein klares Konzept. Und das war erst der Anfang der Geschichte. Denn die Commerzbank möchte eine komplette Wende vollziehen. Nun sollen die Anteile an der M-Bank komplett verkauft werden. Die Idee einer europäischen Onlinebank ist damit komplett begraben. Konkret handelt es sich um 69,3% des Unternehmens. Die Aktien sind übrigens an der Warschauer Börse gelistet. Das Paket von rund 70% wird mit rund 2 Milliarden Euro bewertet. Mit diesem Geld soll also das Strategieprogramm 5.0 finanziert werden. Bevor ich zur Comdirectbank komme, habe ich einen kleinen Tipp für dich. Ich würde gern mehr Aktienanalysen wie diese machen. Aber mir fehlt die Zeit, um so ausführliche Analysen wie dieses Video zu erstellen. Leider kann ich keine Videos mit 2-3 Minuten hochladen, da dies der YouTube-Algorithmus negativ werden könnte. Aber ich habe eine tolle Lösung für dieses Problem gefunden. Künftig nutze ich Instagram, um dort knackige Kurzanalysen zu veröffentlichen. Da spreche ich über spontane Aktienchancen und stelle unbekannte Unternehmen vor. Also folgt mir jetzt gleich auf Instagram. Unten in der Beschreibung oder im Kommentarbereich findest du einen Link. Und jetzt spannen wir wieder den Bogen zur Comdirect. Ein Teil des eingenommenen Geldes vom M-Bank-Verkauf soll in die komplette Übernahme der Commerzbank fließen. Bisher hält die Commerzbank 82% der Anteile. Nun soll der Rest aufgekauft werden. Die Commerzbank verabschiedet sich damit von der polnischen M-Bank und setzt komplett auf die Comdirect-Bank. Prinzipiell ist das kein schlechter Schritt. Allerdings bleibt eine Frage offen. Wie soll die Verschmelzung ablaufen? Als potenzieller Investor musst du deinen Fokus auf genau diesen Punkt richten. Ob man sich 1% Umsatz mehr oder weniger erhofft, spielt in meinen Augen kaum eine Rolle. Da solltest du dich nicht von irgendwelchen Prognosen blenden lassen. Für die Zukunft wird entscheidend sein, wie genau diese Verschmelzung ablaufen wird. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Marke Comdirect komplett verschwindet und in die Commerzbank integriert wird. Sollte das passieren, wäre das verheerend. Ich bin seit 10 Jahren zufriedener Kunde bei der Comdirect-Bank. Allerdings würde dieser Schritt ein komplett falsches Signal senden. Oberflächlich betrachtet hört sich das vielleicht noch sinnvoll an. Es können Kosten eingespart werden. Und zweitens, die Comdirect-Verwaltung lässt sich rigoros zusammenstreichen. Nochmals ein weiterer Kosteneffekt. Kurzfristig könnte das für positive Effekte sorgen. Allerdings hat die Commerzbank das Image einer klassischen Filialbank. Ich möchte aber keine Filialbank. Ich möchte eine reine Online-Bank mit möglichst günstigen Kosten. Bei einer Verschmelzung sollte es über kurz oder lang irgendwo höhere Gebühren geben. Ich müsste wahrscheinlich die Kosten fürs Filialnetz mittragen. Dabei möchte ich das gar nicht. So oder ähnlich werden wohl auch andere Kunden denken. Sollte sich nur die kleinste Gebührenerhöhung ergeben. Ich sehe Fusionen in der Finanzbranche negativ an. Als Kunde finanziere ich irgendwelche Leistungen, die ich gar nicht benötige. Deshalb finde ich einzelne, aber dafür hochspezialisierte Anbieter deutlich besser. Der Trend zeigt sich aktuell ganz klar in den Fintechs der letzten Jahre. Trader Public mit seiner Ordergebühr von nur einem einzigen Euro ist in aller Munde. Da kannst du für nur einen einzigen Euro Aktien oder ETFs handeln. Falls du dort noch kein Depot hast, solltest du den Broker unbedingt testen. Und in der Beschreibung findest du einen Link zu Trader Public. Klick rein. Und natürlich kannst du dort auch die Commerzbank-Aktie für nur einen einzigen Euro Ordergebühr kaufen. Neben Trader Public sticht auch N26 positiv heraus. Das Girokonto überzeugt mit Vorteilen, die sich die Zielgruppe der Smartphone-Nutzer wünscht. Die beiden Beispiele zeigen eindeutig, was sich die Bankkunden der Zukunft wünschen. Individuelle Lösungen für einzelne Probleme. Wer sich ein Girokonto wünscht, holt sich eine App wie N26. Dagegen werden Multibanking-Lösungen immer unattraktiver. Prinzipiell war die Idee der Commerzbank ganz gut. Man wollte die polnische M-Bank zur europäischen Online-Bank ausbauen. Allerdings geht man nun wohl eher einen Schritt rückwärts. Man plant die Comdirect-Bank mit der Commerzbank zu fusionieren. Ein falscher Schritt könnte die Kunden von der Commerzbank vertreiben. Sollte man zum Beispiel auf die Idee kommen, die Marke Comdirect zu begraben. Ich persönlich glaube nicht daran. So schlau und weitsichtig sollen selbst deutsche Banker sein. Wobei die Commerzbank in den letzten Jahren, nun ja, alles andere als gut geplant hat. In den letzten 10 Jahren konnte kein einziges Strategieprogramm erfolgreich umgesetzt werden. Christian Kirchner hat die Commerzbank Pläne untersucht. Das Ergebnis ist ernüchternd. 2009 bis 2012 nahm man sich eine Eigenkapitalrendite von 10% vor. Der erste Plan scheiterte krachend mit einer Rendite von nur 1,4%. Das Management hat mehr als 80% schlechter als vorgenommen abgeschnitten. Im zweiten Commerzbankprogramm von 2012 bis 2016 nahm man sich wieder eine Eigenkapitalrendite von 10% vor. Das Ergebnis fiel mit einem mickrigen Prozentpunkt noch schlechter aus. 90% schlechter als erwartet. In der dritten Roadmap von 2016 bis 2019 plante man nun mit mindestens 6%. Vielleicht klappt es ja nun mit niedrigeren Erwartungen. Von wegen. 2018 lag die Eigenkapitalrendite bei 3,6%. Im neuesten Plan, Commerzbank 5.0, bis 2023 hat man sich eine Rendite von mehr als 4% vorgenommen. Die Statistik spricht gegen die Commerzbank. Das Management ist eher weniger gut darin, die eigenen Ziele zu erfüllen. Stattdessen überzeugt es mit Sprunghaftigkeit und schnellen Strategiewechseln. Prinzipiell ist nichts gegen eine neue und bessere Strategie einzuwenden. Ich finde es sogar wunderbar, wenn man intelligent auf frische Trends setzt. Allerdings hat es die Commerzbank in der Vergangenheit kaum hinbekommen. Selbst die Sowjetunion hat es hinbekommen, einige ihrer 5-Jahres-Pläne zu erfüllen. Der erste Plan von 1928 bis 1933 wurde 1932 als übererfüllt gefeiert. Auf dem Foto siehst du eine allgemeine DDR-Reklame zu den 5-Jahres-Plänen. Wie viel daran Propaganda und Wahrheit ist, überlasse ich dir und deinen Gedanken. Das war natürlich ein extrem zynischer Vergleich. Aber genau so fühlen sich die Aktionäre beim Kurzverlauf der letzten Jahre. Hier noch einmal zum Genießen. Es ist einfach ein Trauerspiel, wie der Kurs immer weiter fällt und fällt und fällt. Die Commerzbank ist daran nicht allein schuld. Natürlich wird die Bank durch die Niedrigzinsphase belastet. Dadurch ist sie gezwungen, Kosten zu sparen. Und genau dieses Geld fehlt dann, um zum Beispiel die M-Bank zur Europäischen Großbank auszubauen. Oder eben, um andere Ideen zu verwirklichen. Stattdessen müssen Filialen geschlossen werden. In dieser Grafik siehst du die Anzahl der Kunden pro Filiale. Im Vergleich zur Postbank oder der Deutschen Bank hat die Commerzbank viel zu wenige Kunden pro Filiale. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, wie geplant 200 Filialen zu schließen. Außerdem spürt der verkaufte M-Bank notwendiges Geld in die Kassen. Das ist gut. Die Fusion dürfte die Kosten reduzieren. Das ist wunderbar. Allerdings musst du ganz genau hinschauen, wie diese Fusion ablaufen wird. Moderne und erfolgreiche Banken haben verstanden, dass sie Verkäufer sind. Die Comdirect hat das verstanden. 2018 konnte man die Anzahl der Kunden um 10% steigern. Es sind nun 2,5 Millionen Kunden. Wenn die Commerzbank erfolgreich werden will, braucht sie mehr Comdirect-DNA. Aber auf keinen Fall andersherum. Die Comdirect braucht kein bisschen Commerzbank-DNA. Wirklich null. Wenn sich die Commerzbank einiges von der Comdirect abschaut, könnte die jetzige Strategie wirklich aufgehen. Am Mittwoch und Donnerstag spricht der Aufsichtsrat über die Pläne. Bisher steht noch gar nichts fest. Am Freitag erfolgt dann die Vorstellung. Deshalb würde ich die Commerzbank-Aktie Stand heute nicht kaufen. Dafür gab das Unternehmen in den letzten Jahren ein viel zu konfuses Bild ab. Es müssen 3 Punkte erfüllt sein, damit die Commerzbank-Aktie für mich zum Kauf wird. 1. Comdirect und Commerzbank bleiben weiterhin klar voneinander getrennt. 2. 2. Die Commerzbank nimmt Teile der Comdirect-DNA an. Die Comdirect weiß nämlich, wie mobiles Banking und Kundenwerbung funktioniert. Sie hat verstanden, dass moderne Banken einfach nur Verkäufer sind und nichts weiter. 3. 3. Die Commerzbank-Aktie überwindet den kurzfristigen Abwärtstrend. Das könnte für Erleichterung sorgen und einige Agie nach oben freilösen. Für Trader ist das meiner Meinung nach eine interessante Chance. Wie stehst du eigentlich zur Commerzbank-Aktie? Schreib mir doch bitte deine Meinung unten als Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, like das Video. Das ist für mich extrem wichtiges Feedback. Falls du noch kein Abonnent bist, abonniere meinen Kanal und drücke auf die Glocke. So wirst du sofort benachrichtigt, wenn es eine neue Aktienanalyse von mir gibt. Bis bald zum nächsten Video.